Geba. Wir sind Ihr Partner für Tore und Türen. Zusätzlich zu rahmenfähigen Rollo-Timern gibt es jetzt die Rollo-Timer App. Fügen Sie die häufig genutzten Rollo-Timer der Favoritenliste hinzu und vergeben Sie jedem einen individuellen Namen. Konfigurieren Sie einfach Öffnungs- und Schließzeiten oder aktivieren Sie die komfortable Astro-Funktion. Hierbei wird der Sonnenaufgang und Untergang automatisch ermittelt und kann nach Ihren Bedürfnissen plus minus 120 Minuten angepasst werden. Fahren Sie Ihren Rollladen mittels Schieberegler auf die gewünschte Position. Was für die Rollo-Timer App gilt, gilt auch für die Geba-Handsender-App. Schon aus der Ferne steuern Sie bequem Ihre Tür oder Ihr Tor vom Smartphone aus an. Oder steuern Sie die Tür direkt über die neue Bluetooth-Touch-Tastatur mit Plexiglas-Oberfläche. Geba – Innovation und Tradition in der dritten Generation. Amt – Innovation und Tradition statt Untertitelung des ZDF, 2020